Der Dirk hat am letzten Freitag das untere Zentrum, weil der Niki bemängelt. Genau. Wie schaut's da aus heute? Das untere Zentrum ist besser, aber das war ja mehr Standard. Also das war ja eigentlich der Rippenbogen in Latein. Das war besser. Es war sehr viel mehr Bewegung drin. Es war sehr viel entspannter auch. Ich fand, dass hier sehr viel charakteristische Figuren getanzt hat vom Cha-Cha. Nicht immer im Takt oder nicht immer so hundertprozentig. Aber was mir fehlt generell ist so ein bisschen die Weiblichkeit in der Bewegung. Ich habe mich sehr bemüht. Sogar mit den Schuhen. Elias hat ein Bestes gegeben. Also da gibt es dann, wenn die Technik nicht so gut ist, da kann man dann schon noch ein bisschen ablenken bis zu ein paar Armpositionen. Da gibt es so, kennst du bestimmt, Colliergriff, Zarenkrone, Hüazinth, Maldetät, Maldedont. Das sind alles so Armpositionen, die man da umsetzen kann. Das hätte alles ein bisschen interessanter sein können. Generell besser als letzte Woche, aber der Knaller war es noch nicht. Mehr Weiblichkeit. Carina hat letzte Woche auch gesagt, ein bisschen mehr Eleganz. Ja.